Als Schlacht an der Brücke bezeichnet man das erste große Gefecht zwischen den muslimischen Arabern und den persischen Sassaniden im Rahmen der islamischen Expansion. Sie fand im Herbst 634 statt. Die Schlacht entwickelte sich, nachdem ein arabisches Heer unter Abu Ubaid und Marzene 633 eine erste ernsthafte Offensive gegen das sassanidisch beherrschte Mesopotamien eröffnet, hatte. Im Auftrag des neuen persischen Großkönigs Jastegerd III. organisierte dessen Feldherr Rostam Faruksa die Abwehr gegen die Araber. Rostams General Barman Yadoya trat schließlich den Arabern in Mesopotamien entgegen. Im Herbst 634 kam es dann zur Schlacht an der Brücke. Die beiden Armeen postierten sich auf verschiedenen Seiten eines kleinen Gewässers oder Bewässerungsgrabens nahe einer Brücke bei der Stadt Hira. Es gelang den Peser, die Pferde der Araber durch Kriegselefanten in Panik zu versetzen. Zudem richteten ihre Bogenschützen ein Blutbad unter den Feinden an. Die Araber mussten absitzen und den Nahkampf suchen. Als Abu Ubaid von einem Elefanten zu Tode getrempelt wurde, gaben die Araber die Schlacht verloren. Viele ertranken, andere wurden erschlagen. Nur wenige Araber konnten entkommen, darunter Marzenne, der 635 die Schlacht von Buwaib gewann. Kurz darauf aber seinen in der Schlacht an der Brücke erlittenen Verletzungen erlag. Dies war die einzige schwere Niederlage, die die Araber im Zuge der frühen Expansion erlitten. Der Ausgang der Schlacht belegt, dass das Sassanidenreich wohl grundsätzlich durchaus in der Lage gewesen wäre, sich der Angriffe effektiv zu erwehren. Die Muslime, die durch die unerwartete Niederlage zunächst unter Druck geraten waren, konnten sich daher ungestört neu formieren. Und nach ihrem Sieg in der entscheidenden Schlacht von Kadisia wendete sich das Blatt dauerhaft zu ihren Gunsten.